So, und wir kommen zurück im Xanmeer. Wir haben ein kleines Problem. Ich weiß die Rätsel nicht. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich muss meine Gruppe versammeln, um weiterzuziehen. Hat aber mit den Druckplatten zu tun. Ich weiß aber auch nicht, wie ich den Stippons jetzt durch die Tür kriege. Hier passiert auf jeden Fall irgendwas. Bleib mal da stehen. Zum Stück. Scheiße. Och, ich hasse die Mechanik. Stebo, bleib hier! Hä? Wieso bin ich denn hier? Stebo ist, kommt! Ne, das bringt nichts. Stebo nicht folgen! Ich habe keine Ahnung. Ich gucke jetzt in die Lösung. Ich habe nämlich keine Lust. Ich kriege es nicht gelöst. Oder weiß er oder sie, wie das gelöst wird. Hat auch nur einen Stippons, wenn ich mir das anschaue. Oder, naja, ich sehe gar keinen. Ja, jetzt wird der andere hochgeholt. Wahrscheinlich hat man hier nur einen, den eigenen Stippons zum Anschauen. Man weiß jetzt auch nicht mehr weiter. Ist das cool. Ähm, hier. Lass mich mal eben nachgucken. Jetzt wird hier auch ausprobiert. Ich denke mal, eine der Tasten muss gedrückt werden, damit unten die Tür aufbleibt. Ich weiß aber nicht welche. Und ich bootfosse das jetzt nicht. Esor-San-Meer-Re-Zell-Lösung. Xan-Meer, nicht Xan-Meer-Kiste, oder? Ich gebe einfach. Ein Übermaß an Stippons-Lösung. Ich will keinen... Es kann auch ein Bug sein, ja. Nee, das ist noch weiter. Das sind wir ja noch nicht. Hat ihn aber auch da stehen lassen, ne? Gut, forsten wir das einfach mal. Hier kommt Stibbo. Das war hier. Stibbo, warten. Ich weiß halt nicht. Hier steht Druckplatten und achtet auf Feuer. Aber das Spiel sagt auch nichts. Es ist... Sucht nach dem blauen Feuer. Sehen auch alle gleich aus. Da ist auch irgendwie nichts. Da unten ist auch nichts. Hast du es geschafft? Wie? Wie ist die Lösung? Nein! Das war es offenbar richtig. Die Frage ist... Hier kommt Stibbo. Der reagiert nicht. Der auch nicht. Der auch nicht. Der reagiert auf irgendwie eine Falle. Der nicht. Ist das immer der eine oder ist das ein Cooldown? Das ist ein bisschen unterschiedlicher. Ist mal der, mal der. Hier ist mein Clan Band tot. Cool. Die Lüte ist wahrscheinlich recht einfach. Aber ich bin... Wahrscheinlich zu blöd. Ich muss mir eine Lösung suchen. Ich wüsste nicht weiter, wie ich hier sonst weiterkomme. ... ... ... Ach, einige... Moment. Um... Okay. We have two stipends with you. Use the first unlocked first gate. You need to initially leave him behind. The second stipends. To unlock the second gate. To left immediately on the other side of the second gate. There is a dormant wine tongue you can use to collect the second stipends for moving on. Okay, we have done it. We eventually reach a door which requires you to have an entire party before it opens. Immediately before reaching this door, there is a dormant wine tongue in an aisle curve. The first stipends. Used to collect the first stipends. Have you ever scared? Although... No, dumb question. Don't answer. It's just... You always look so furchtly. Someone like you has never met me. But I can... Er weiß, dass man hin und wieder Angst haben darf. Ja? Stippo steht hier. Aber wie soll ich das denn sch... Was zum... Wo kommst du denn her? Was mich verarschen? Stippo ist... kommt! Wie ist denn das passiert? Okay, ich habe eine Vermutung. Man soll den Stippen da stehen lassen, als dann passiert, dass da eine quasi ges... respawned wird. Stippo, folgen! Bis die Pflanze da kommt. Hä? Hat sich die Mechanik dann ausgedacht? Stippo, bleib nah! So weit, so gut. Jetzt können wir weiter. Boah ey, diese Mechanik ist scheiße. Hoffentlich sind wir bald fertig damit. Was macht ihr? Hört sofort damit auf und vielleicht lasse ich euch am Leben! Stippo, ihr kommt! Hier komm, Stippo, bleib nah! Stippo ist warten! Stippo, folgen! Die kommen beide mit, Alter. Stippo ist warten! Stippo ist Würstchen. Ich habe Hunger. Stippo, bleiben hier! Stippo ist kommt! Stippo ist kommt! Stippo ist Arsch! Wieso renne ich dir hinterher? Hier ist doch nichts. So, die Tür ist auf, estou durch! Feuer ist an! Stippo ist 2-Kern nicht drüber! Ist das ein Scheißrätsel, ey. Ich weiß nicht, habe ich das aber jetzt gut bewertet? Ich finde es nicht gut. Es gibt kein gültiges Ziel. Ja, okay, und nun bin ich wieder voll im Eimer. Ah. Das hier ist eine Stimme behind, bevor ich ein Floor Pad locken. Das heißt, ich habe zwei Pads. Ah, ich gucke mal selbst mal eben. Okay, ich brauche einen Stippens hier. Komm mit. Hier kommt Stippo. Komm, ja. Ah, jetzt. Diese scheißverfickte Kacke. Reicht das? Stippo steht hier. Reicht nicht. Dem ist Stück Scheiße. Bewegt dich mal richtig. Warten auf, Stippo. Jetzt geben wir die Kacke auf den Sack. Oh, diese verkackte NPC-Drecks-Misthaufen. Stippo, warte nicht. Mach hin, ne? Ach, da seid ihr ja. Wir müssen reden. Ja, wir müssen reden, in der Tat. Was ihr und die Duplikate auch getan haben mögt, es hat geklappt. Die Haupttore haben sich mit einem hörbaren Klicken geöffnet. Ehe wir reinstürmen und versuchen uns um den Zauberer zu kümmern, sollten wir über unsere Möglichkeiten sprechen. Ich habe etwas Beunruhigendes in den uralten Gravuren entdeckt. Was habt ihr rausgefunden? Laut meiner sehr groben Übersetzung können wir das Siegel nicht einfach instand setzen und den Zauberer wieder wegschließen. Die Argonier haben uralte Rituale eingesetzt, über die ich nichts weiß. Ich bezweifle auch, dass die örtliche Priesterin sie kennt. Das ist alles vor so langer Zeit geschehen. Also wie brechen wir den Fluch? Ich sehe nur eine Möglichkeit. Wir müssen den Zauberer erschlagen oder den Schleimklumpen vernichten, dem er inne wohnt. Und das würde ich gern erreichen, ohne meinen Leibdiener zu töten. Hm, das erinnert mich an etwas. Ich glaube, ich verstehe nun die Aufgabe der Duplikate. Die haben eine Aufgabe? Es ist recht gewieft. Als Schleimball kann der Zauberer das Siegel nicht brechen oder sich befreien. Die Argonier haben darauf geachtet, dass man Hände dafür braucht. Also schnappte er sich Stibbons und verwendet ihn als Vorlage für seine geistlosen Diener. Hände aus dem Nichts, sozusagen. Also machen wir das... Also was machen wir? Wir müssen Stibbons von Rektavius wegbringen und ihn von der Quelle der Duplikate abschneiden. Danach müssen wir das Voriplasma vernichten, das die Essenz des Zauberers enthält. Das sollte den Fluch brechen. Ich gehe davon aus, dass wir beides hinter den Haupttoren finden. Gut, also los. Fidale. Ach, wie widerwärtig. Wir müssen uns dem Unterschlupf des Zauberers nähern. Au. So viel Matsch. Stibbons erste Aufgabe nach seiner Rettung wird ein gründliches Schrubben meiner Stiefel sein. Da wären wir. Der Zauberer sollte hinter dieser Tür festsitzen. Oh, er wird schon angegriffen. Ich werde frei sein. Da ist Stibbons. In diesem Ding. Der Schild des Zauberers. Wir müssen ihn vernichten. Herzlichen Glückwunsch. Du Einer, du hast aufs Tramp mehr geschafft. Tolles Gefühl, wenn das Blut in Wallung kommt. Nicht wahr? Der hat den Schild geschwächt. Macht weiter. Der Schild ist weg. Holt Stibbons daraus. Ich halte das Woriplasma in Schach. Woriplasma gibt's nicht mehr. Hallo? Auch gekickt. Nein! So darf es nicht enden. Flatsch. Ach, Stibbons. Ihr seid hoffentlich unversehrt. Nicht hier. Kehren wir zur ersten Halle zurück. Ah, wie ihr wünscht, Herren. Meine Herren. Ich muss mich entschuldigen. Ich scheine alles vermasselt zu haben. Ja, aber ich habe mich an eure Eskapaden gewöhnt. Außerdem hatte ich sehr fähige Hilfe. Nun, das war ein ungewöhnliches Abenteuer. Es rückt die Dinge ins rechte Licht. Nichts macht einem klarer, dass ein Leibdiener mehr als genug ist, als ein Übermaß an Stibbons. Der Gedanke an all diesen Schleim lässt mich allerdings schaudern. Na, der Fluch scheint gebrochen. Das kann man so sagen. Natürlich wird es Zeit brauchen, bis die Magie des Zauberers ganz verfliegt. Und ich bin keine Expertin für Woriplasma. Ich schätze, er könnte sich selbst wieder zusammensetzen. Irgendwann. Hier, nehmt dies. Ich bestehe darauf. Im Gegensatz zu Stibbons habt ihr es euch verdient. Gut gemacht, Furstin Laurent. Ich spüre, dass der Fluch gebrochen ist. Und wie die letzten Überbleibsel des Zauberers dahin schwinden. Außer natürlich denen in diesem glanzköpfigen... Was? Lächerlich. Mir geht es gut. Meine Herren hat mich unbeschadet aus dem... ...Schleim des Zauberers entfernt. Der Schleim haftet an euch. Wie Nasenschleim an der Klaue eines Schlüpflings. Ah, Schleim! Schi, schi, schi! Stibbons, ich dulde keinen Schleim in meinem Herrenhaus. Ich glaube, Stibbons ist auch nie wieder der Alte. Nach den ganzen Strapazen. Gut. Und wieder eine Geschichte abgeschlossen. Und damit sogar ein ganzes Gebiet. Na, komm. So. Unser nächstes Ziel ist... Das können wir schon mal freischalten. Weiter südlich. Nennt sich Steinoth. Dort in der Nähe vom Felshain. Die ich nicht machen kann, weil zu wenig Leute. Ja. Aber schon gute Dinge. Das ist auch der letzte Ort, der noch fehlt, um... ...die Geschichts... ...die Story-relevanten Dinge abzuschließen. Wir sind auf einem guten Weg. In diesem Sinne. Vielen Dank, Christus. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, romans!